Hallo und herzlich Willkommen zu meiner Name ist euer Freund Let's Play Super Mario und mit unserem Start ist der Trendstock. Ich wünsche euch immer viel Spaß mit dieser Folge. Ich wünsche euch auch recht einmal los, dass wir jetzt mal eine Funktion haben, doch so. Ich sage mal jetzt, wie leicht mit meiner Vorbereitung beim nächsten Mal. So, die Stürmklage sind wie gesagt. Ich wünsche euch dennoch die Stürmklage. So, die Stürmklage sind wie gesagt. Ich wünsche euch das mal wieder. Ich wünsche euch die Stürmklage. Und irgendwie kann man immer so nicht so gut als hier, wie ihr seht. Wie soll man sich das schaffen, dadurch zu kosten? Aber ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich das als Kind geschafft habe. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht. Ich weiß nicht mehr, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht. Ich weiß nicht mehr, wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht. Ich weiß nicht mehr, wie ihr seht, wie ihr seht. Ich weiß nicht mehr, wie ihr seht, wie ihr seht. Ich weiß nicht mehr, wie ihr seht, wie ihr seht. Ich weiß nicht mehr, wie ihr seht. Ich weiß nicht mehr, wie ihr seht, wie ihr seht. Ich weiß nicht mehr, wie ihr seht. das ist der Prüchung, das ist der Prüchung. Das ist der Prüchung. Oh, das ist doch ein P-Tack. Ah, das ist doch ein P-Tack. Hey, 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 hey. Das ist das. Das ist das. Das ist ein P-Tack. Hey! Ich habe diese. Oh. Oh, das ist das. Das war auch gut, das war auch gut. Das war auch gut, das war auch gut. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. So, warte mal, ich will das ein bisschen leiser machen, glaube ich. Okay, dann schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Ich kann auch wieder so ein böses Leben sein hier. Mit diesen schönen, schönen Feuertrehrädern. Oder was auch? Ehrworn, dass es sein soll. Nein, genau. Weil ich alle Spiele verloren habe. Es muss sein und das Spucken habe ich verloren. Mist. Oh, scheiße. Man darf natürlich nicht drauf springen. Das ist natürlich nicht gut. Nein. Nein, das geht doch genau, weil ich… Ach so. Oh, bin ich mir schockert, ey. Wie kann man denn so blöd sein? Wie kann man so blöd sein da voll reinrennen? Volle Bambule, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, aber jetzt ein paar Punkte eins zahlen, ja. Wie tot springe. Oh, wow. Der Fock, na. Na, sie ist jung. Nein, nein, ich bin voll traurig. Oh, Mann, wir können schon nur da, oh, da, oh, da, oh, da, oh, da, oh. Ah, ich bin noch so nass hier, ey. Ich bin schon so blöd sein, so blöd. Kurz vor dem Ziel, ey. Vielleicht bringe ich den wieder voll drauf. Ich könnte mir so in den Arsch beißen. Das glaubt ihr mir nicht. Ich würde mir in den Arsch beißen könnten. Komm, baller, 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 baller. Was sagt er? Genau, genau, genau. Da sind wir, komm. Nein, hau mal ein Oma, ich nehme mal solche Scheißfehler. Ey, komm. Fickt euch. Mann. So, wie sind wir da aber? Das geht ja nicht anders, wie euch. Gebt mir ja die reinste Wutung, geil. Bei den Scheiß. Das wird mal total öhrenkopf. Oh, die Mist. Na toll. Weil... Was hat sein Ding berührt. Oh Gott. Ey. Lass uns das machen. Hör mir zu Hause. Lass uns das machen. Oh, die Mist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Frag die... Fuuuuhuuhu Ich geh auf die Vollmeise, ey. Auf die richtige Vollmeise. Ah, so assozial hier das Spiel. Das macht mich... ... total ein Fertigjangerfisch. Danach muss ich in die Klapse. Ohne Scheiße. Danach bin ich reife in die Klapse. Wenn ich das Spiel jemals habe, sollte ich ja. Oh, wo ist die Karte? Oh, das ist eine einfache... ... eines... Das habe ich nicht viel gemacht. Der Geist übernommen. Ich habe den Karte gefunden! Dann lau das in die Klapse. Ich werde das mitnach, weil ich nicht verliebt. aber klar dass du geschafft gerade so kurz und abnüppeln erst mal wieder wenn es geht hier gar nichts Das war jetzt wirklich eine sehr, sehr, sehr markante Fehler. So einen Fehler zu machen, das gibt's gar nicht. So komme ich aber nicht mehr raus, oder was? Doch, was du sagst, ich komme mir schon aus. Es wäre besser gewesen, als ich jetzt hier rausgekommen wäre. Das wäre natürlich richtig blöd gewesen. So, jetzt bin ich super. Ich bin super. Ich bin super. Ich bin super. Ich bin super. Und bin super. making into theıyoruz. Und zwar hier. Du hast verloren. Geh mal gut vor. Warum raus, Sophie? Ich habe nicht gesehen, dass du da bist. Ha! Da hab ich doch. Da war eins. Juhu. Mein Schuss. Aber es treffe ich schon. Ach so, halt über. Schießen die denn? Komm, Renn, mein Schuss. Komm, Renn. Komm! Komm, Renn. Wir sind Tja. Wir sind was hier. Oh, was ist denn da von der Scheiße? Da vorne ist ein Pferd. Von der Scheiße, dein Viecher. Schade, ich dachte, ich springe weiter oben ran. Das wäre jetzt optimal gewesen. Jetzt willst du doch wieder drei Leben haben, oder? Ich bin doch durch. Immer noch. Nur ein Leben. Oh Gott. Was muss ich jetzt noch hier? Ui. Schlecht mich speicher mich hier ein. Ich kann es nicht umher rennen. Hopp. Ich mag nicht, wie kann es sein. Wiii. Ich fühle mich zuvor. Ich kann hier überall durchwaschen. Oh, nichts passiert. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Oh ja, 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 ja. Ich habe jetzt einen Deutsch-Rush-Level-Hart. Oh ja, 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 ja. Ich habe jetzt einen Deutsch-Rush-Level-Hart. Noch einmal. So, jetzt aber schnell mal speichern. Bam. Gut. Und an der Stelle werde ich die Folge auch erst einmal wenden. Ich hoffe, ihr hattet, wie immer viel Spaß bei dieser Folge gab. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, nächste Woche auch wieder dabei, bei der nächsten Folge. Let's Play Super Mario Bros Classic. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt. Oder auch keine andere weitere Display-Folge hier auf meinem Kanal von DarsSteffelzockt. Und ja, dann bis nächste Woche. Möge wie immer die Macht mit euch sein. Und bleibt mir treu geworden und gesund. Ciao mit V und möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao, ciao. Bis bald.